Was geht Gamer Freunde und willkommen zu einer Runde Valorant mit dabei, Saulach, sag mal hallo Bruder, Herz. Moin moin. Moin moin. Ja liebe Gamer Freunde, da würde ich sagen, kurze Rede, langer Sinn, auf einen Win. Ups. Falscher Knopf. Hat er eine gute Waffe? Hinter. Wieso rennt ihr alle, Digger? Hinter uns. Halt small, halt small. Huh? Huh? Wow, you seem chill. Yes. Keep me spike, keep me spike. Er ist deutsch. Gib mir spike. Phoenix plant. Phoenix plant, hallo. Yeah, plantet gerade, oder? Please plant. Dude, plant, what the fuck. Plant. Was habt ihr denn gemacht, Digger? Dude, just plant, what the fuck. Why you don't plant, man, just plant, Phoenix, please. Er hat uns geplant. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Du bist so hässlich, Bruder. Warum? Ich weiß nicht, Digger. Just plant, plant, just plant. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Du trollst die, alle Digger. Die checken das aber auch nicht. Ja, ich... Es ist aber nach zwei Kills. Du enttäuscht mich gerade, Bruder. Bruder, ich bin nebenbei mit den Wadler. Junge, hör mal auf mit so'n Scheiße, Digger. So 15 Jahre zurück, Digger. Hä? Ich hab doch getroffen. Nein, Bruder. Nein, Digger. Der... Der rennt schon wieder. Ich hab der slowest fuck haltetisch. Ach, Baban ist... Seviore. Ah, der ist Türke. Auf jeden Fall geh ich nicht mehr mit Tiger rum, Digger. Okay. Oh, weiß ich nicht mehr mit dem, Digger. Die Fläche steht nebenbei. Der Spiebredsiebreden. Der Spiebreden, A. Der Spiebreden, A. Der Spiebreden, A. hey von dieser maschinen tante sie muss in der nähe sein damit ihre maschinen funktionieren ich habe nichts verstanden was diese maschinen tante die einfach maschinen liegt ja die muss in der nähe sein damit die maschinen funktionieren so ungefähr ja die sind hinter uns auch total spike down B so so close so so Ich habe einen Spanke. Er ist aufgerüstet. Er ist aufgerüstet. Er ist aufgerüstet. Jungs, ich f*** mein Leben, Jungs. Spiel mal nicht Mädchen, Junge. What the fuck? War laut das nur, weil ich Mädchen 2 gespielt hab. Ich hör nur noch, einer wird wiederbelebt. Du wirst ein dreckiger, Bruder. Du wirst ein dreckiger, Bruder. Flämmorfer. Hinter uns ist einer gleich versorgt. Und wo? Ja, mein Ehre ist hier offiziell, auch genau. Lasst aufgehen, Bruder. Ja. Das war's für heute. Wieso sind wir wieder zu dritt hier, Digga? Ich bin wie ein behinderter reingerannt, Digga. Ihr, du bist eine kranke Maschine, Digga. Ja. Du siehst da unten? Ja. Oh, auch Sniper. Hat sie dein Dings genommen oder was? 55, 55. Sehr schön. Diese Ulti von Sage fickt Sage selbst, Digga. So eine Müll-Ulti. Last Player standing. Eee, 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 eee. Achso, du wirst gar nicht ein Ulti. Ja, Bruder, haben wir da auch ein CD4. Mach Flash und renn raus. Also nicht dahin, sondern geradeaus. Oder mach Flash. Lass uns das aus hin, Digga. Digga, lass uns das aus hin. Aber man, hab ich noch zwei Kills oder so gemacht, Digga. Guck nach links und schieß. Guck nach rechts und schieß. Warte, ich las kurz noch. Oh mein Gott, Digga, da sind zwei Leute, ich hätte nicht gucken sollen. Egal, ich bin so scheiße. Bruder, 4, hast du mich irgendwie gestummt oder was? Nein. Was? Ich bin nur konzentriert, Bruder. Oh, läuft bei dir. Was bedeutet Walling by Sage? Meinst du diese Wind-Tornado da? Nein, diese Wall, Bruder. Die Wand, Sage, Wand. Sage, ich dachte, Dings kann Wand machen. Diese Highline, ist sie Sage? Ja. Oh, okay. Hey, Gott. Die hat mich. Ich bin gefickt. Sie sind alle bei euch? Bruder, die waren schon im Portal, haben auf mich da gewartet. Das Ding ist, er muss in eine Richtung gucken, nicht in die andere, der Idiot. Er macht was er will, Bruder, das ist das Problem. Stimm mal. Oh, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, Dings. Sie hat mich nicht überliebt. Ich habe keine A's für dich. Die werden... GG, wir werden das Spiel noch probieren. GG, Leute. Ja, aber das war eine korrekte Leuchte, Bruder. Und nicht alle KKs-Freunde, Digga. Das wir noch gewonnen haben, ist echt traurig, Digga. Die waren so weit vorne, Digga. Willst du noch irgendwas sagen? War eine sehr entspannte Runde. War eine sehr entspannte Runde. Ja, geh mal, Freunde. Auch wenn wir negativ wieder mal gespielt haben, egal, Digga. Ja, geh mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal, ciao.